Jetzt kommt das Gnichel-Intro 3001! Gnichel! Hallo ihr Lieben, ich habe euch ja in einem meiner letzten Videos erzählt, was ich seit 2019 bis 2022 alles auf der Bühne gespielt habe. Und nun möchte ich das fortsetzen. Nun möchte ich euch erzählen, was ich seit 2022 auf der Bühne zusätzlich spiele. Also ich habe jetzt 2022 bis Mitte 2023 der kleine Drache Kokosnuss gespielt, das Musical. Da habe ich den Gerd gespielt und die Prose Linde und den Kürbis Knut. Aber jetzt seit 2022 bin ich auch der Bühnen-Wusel-Gusel. Also falls ihr Wusel-Gusel nicht kennt, Wusel-Gusel ist eine Wissenssendung im Privatfernsehen. Und Wusel wird dort gespielt und gesprochen von meinem wunderbaren Kollegen Martin Reine. Und ich darf diesen Charakter, diese Figur, dieses Beuteltier, diesen Erfinder darf ich auf der Bühne verkörpern. Schon seit 2022 und ich spiele ihn auch weiterhin noch. Und ja, ihr kennt mich, deswegen findet ihr es vielleicht genauso witzig wie ich, wenn ich sage, das ist dann der zweite Erfinder, den ich spiele. Ich sollte mal einen Wettkampf machen zwischen Wusel-Gusel und den Dr. Höser. Haha, ich hab's erfunden. Nein, ich hab's erfunden. Und zwar 3001 Mal. Äh, nein, wer hat denn die 3001 erfunden? Ich natürlich. Ich freue mich wirklich tierisch, dass ich den Wusel-Gusel auf der Bühne verkörpern darf. Und wann ihr den Wo sehen könnt, das seht ihr zum Beispiel auf meinem Instagram-Account. Da habe ich ein Highlight erstellt. Da habe ich immer alle Termine drinstehen, wann ich wo spiele. Weil wir touren wirklich durch ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg. Überall touren wir umher. Und jetzt zeige ich euch noch etwas und zwar den offiziellen Trailer von Wusel-Gusel, das Wusikel. Viel Spaß. Bis dann. Stell dir mal vor, was möglich wäre, auf einer Reise durch die Zeit. Denn die Lösung deiner Sorgen liegt in der Vergangenheit. Los, wir dreh die Zeit zurück. Wow, ein kleines Stück. Wir bleiben besser drinnen, kein Ort ist sicherer als Zuhause. Wir sind doch nicht von Sinnen und gehen freiwillig daraus. Ärzte, Ärzte, Sie wollen nicht trennen sehen. Ärzte, Ärzte, Weiß ich nicht verstehen. Die Zukunft ist zum Arten. Das wird der Knaller. Na. Das wird der Knall. Untertitelung des ZDF, 2020